Heute stelle ich also Gruppenkornpraxis vor. Es ist das, was ich vorstelle, ist eine besondere Weise, sich mit unseren Ahnenen zu verbinden. Weil die Gruppenkornpraxis, die ich in zwei Gruppen anbiete, eine Online- und eine Präsenzgruppe und im Herbst wird es noch eine neue Online-Gruppe geben, voraussichtlich, die mache ich im Moment mit eben Geschichten aus dem verborgenen Licht. Diesen Buch, wovon die Linda auch schon gesprochen hat, und diese Geschichten als Koans zu verwenden und sie nicht nur rein zum Lesen und darüber nachdenken und die Reflexionen genießen und daran wachsen, sondern sie wirklich damit als Koans zu arbeiten, ist überhaupt noch nicht alt. So wie das Buch natürlich nicht alt ist, aber es war ursprünglich wohl auch nicht unbedingt so gedacht, aber es hat sich jetzt entwickelt und zwar an mehreren Stellen bereits. Ich glaube, ich muss noch mal etwas sagen zu Koans. Es sind zwar vielleicht auch lauter Leute da, die schon jahrelange Koanpraxis haben, aber wenn nur eine Person ist, die das nicht hat, ist es auch ein Grund, ein bisschen was dazu zu erklären, soweit man das überhaupt erklären kann, weil mit diesen Geschichten zu arbeiten ist eine Erfahrung und es ist nicht etwas, was man wirklich intellektuell erklären kann. Aber ein bisschen was dazu sagen kann man natürlich trotzdem und das brauchen wir auch, ich brauche das auch immer. Wir haben Worte, das ist wichtig. Koans sind Weisheitsgeschichten, wie sie sie wohl in jeder religiösen Tradition gibt. Manchmal sind sie aber auch einfach nur ein Satz oder ein Wort. Was macht eine Geschichte zu einem Koan? Koans sind hilfreiche Mittel, sagt man, Upayas. Hilfreiche Mittel wofür? Sie sind hilfreiche Mittel, aufzuwachen. Oder um mit Buddhas Namen zu sprechen, Buddha heißt der Erwachte, zu erwachen. Großes Wort, deswegen möchte ich das gar nicht so oft verwenden, aber ganz, ganz wach zu werden. Nicht mit dem Erwachen ist nicht gemeint, irgendwo sich hinzubeamen, sondern ganz da zu sein. Und was ist ganz da? Was ist gerade hier in dieser Wirklichkeit? Was uns oft hindert, ist unser diskursives Denken. Ja, das ist das trennende Denken, wenn dieses, dann jenes oder ich mag das und ich mag das nicht. All das, was uns hindert, vollkommen präsent zu sein und in einer Weise die Realität zu erfahren, die der Buddha uns vorausgegangen ist. Und vor dem Buddha sicher schon andere und außer dem Buddha auch andere. Das ist ja nichts, was der Buddhismus gepachtet hat. Ja, also Koans sind hilfreiche Mittel. Diese Geschichten, das sind meistens die traditionellen Koans, sind alte Geschichten aus dem Kina-der-Tang-Zeit, 8. Jahrhundert ungefähr, die dann nach Japan, vorher nach Korea, Vietnam kamen und über Japan dann schließlich in unseren westlichen Kulturkreis, erst USA und dann auch nach Europa. Diese Geschichten als Koans zu benutzen, ist ungefähr 1000 Jahre alt und erst etwas mehr als 100 Jahre alt in unserem Kulturkreis. Also es ist eine alte Tradition und auch kulturell geprägte Tradition und in den Rinzai-Klöstern in Japan wird Koanschulung sicherlich nochmal anders ausschauen. Was ich gehört habe, ich hatte da nie die Gelegenheit, als wir das hier machen und auch hier ist es ziemlich bunt. Also auch unsere Kultur prägt natürlich die Art und Weise, wie wir mit Koans arbeiten, so wie sich Zen an sich hier auch bewegt. Zum Glück, wenn sich eine Tradition nicht bewegt, wird sie ja tot. Traditionell ist es so, mit Koans zu zweit zu arbeiten. So habe ich das 15 Jahre lang mit meinem alten Lehrer gemacht, mit großer Freude und mit großer Freude seit sieben Jahren mit Linda, den verborgenen Lichtkoans und nochmal auch andere. Das ist das Setting zu zweit. Und ich schätze das sehr. Koans in Gruppen zu unterrichten oder zu praktizieren, auch mit AnfängerInnen, ist, soweit ich weiß, relativ neu. Und in den USA entstanden. Ich muss mal ein bisschen auf mein Skript schauen, aber ich glaube, ich bin, ist egal. Ich bin schon on the way. Ich selber, als ich von Gruppenkorenpraxis gehört habe, war erst mal voller Widerstand. Ich war total geprägt vom Traditionellen. Auch den guten Erfahrungen durchaus. Und dachte, ja, Linda sagte, probiert es doch mal aus. Linda kann wirklich sehr ermutigend und innovativ sein. Und ja, ich kam aus einem ähnlich traditionellen Eck wie Linda, aber natürlich auch nochmal anders. Aber jedenfalls, ich war identifiziert mit Einzelkorenarbeit. Und dachte, in Gruppen, das ist Verwässerung. Das ist nicht angemessen. Das kann nur oberflächlich sein. Das hat mich erst mal blockiert. Aber da ich ein neugieriger Mensch bin und außerdem, ihr habt gehört, Gruppentherapeutin, also ich bin auch von Gruppen überzeugt in einem anderen Kontext. Also Gruppenkorenarbeit hat nichts mit Gruppentherapie zu tun, aber ich habe einfach die Erfahrung, dass Gruppen echt wirkmächtig sind und anders wirken als das Einzelsetting. Ich bin auch Einzeltherapeutin und war ähnlich identifiziert erst mit der Einzeltherapie, bis ich auch Gruppentherapeutin wurde. Und so irgendwie entstand ein paralleler Prozess, dachte mir, okay, dann probieren wir es mal aus. Und habe dann in meiner kleinen Gruppe in Grafings, eine kleine Stadt östlich von München, wo ich über die Volkshochschule begonnen habe, Zenn- und Achtsamkeitskurse anzubieten. Und die waren dann schon einige in Weilchen mit mir unterwegs. Und dann habe ich erzählt, wer hat Lust und wer hat Lust, das auszuprobieren. Und habe dann ein Konzept und ein paar haben die Finger gehoben, ein paar sind geblieben, ein paar andere sind dann wieder weggegangen. Die Gruppe ist jetzt sehr konstant, sechs Leute mit mir, die Präsenzgruppe, das war vor vier Jahren. Und vor zwei Jahren kam dann die Online-Gruppe dazu, die begann nach dem ersten Retreat zum Verborgenen Licht, welches Linda und ich jetzt schon dreimal hier am Benediktushof angeboten haben. Eine Online-Gruppe. Und die besteht heute aus acht Leuten inklusive mir. Alles Frauen. Männer sind nicht ausgeschlossen, aber auch wunderbar. Also es ist wie hier. Wobei die eine Gruppe inzwischen schon gesagt hat, wir wollen eigentlich keinen Mann drin haben. Das ist so wertvoll. Und ich respektiere das. Ich respektiere das, weil es bin nicht ich, die die Gruppe macht, sondern es ist ein Wir. Und was ich bemerkt habe, das vorab, und deswegen erzähle ich das heute, als wir die Tagung geplant haben, dachte ich, okay, ich möchte gerne davon erzählen, weil ich bin so erstaunt. Ich finde es so eine wirkmächtige Weise, sich mit Koans zu verbinden, mit unseren Ahnen noch dazu zu verbinden und Entwicklung zu sehen. Es ist überhaupt nicht oberflächlich. Es ist einfach anders. Und es passiert ganz viel. Und davon möchte ich jetzt ein bisschen erzählen. Es ist immer noch eine Pionierarbeit, Koans in Gruppen anzuschauen. Und immer noch höre ich immer wieder Reaktionen. Sehr, sehr skeptisch. Und ich kann das verstehen. Ich glaube, wenn man es nicht selbst erfahren hat und man kommt aus einer traditionelleren Schulung, kann man sich das nicht wirklich vorstellen. Dass es eine andere Weise des Lernens und der Entwicklung ist. Ich habe dann, weil es eine Pionierarbeit ist, habe ich einfach gedacht, jetzt wenn ich hier schon ein Referat halte dazu, dann muss ich euch irgendwie erzählen, wer das noch alles macht, weil sonst klinge ich da so einzeln. Ist das seriös genug? Was natürlich ein Käse ist. Ich würde einen Mann nie sagen. Genau. Und jetzt stelle ich mich trotzdem aber in eine Gruppe. Also die erste Gruppe ist, in meiner Zen-Herz-Sanga, wo wir mit Linda zusammen eine Zen-Koan-Studiengruppe haben und die ersten Koans unserer Schulung durchgearbeitet haben und so eine Art kleines Handbuch auch für zukünftige Lehrende entwickelt haben. Und wir werden weiter an weiteren Koans in der Gruppe miteinander arbeiten. Und dann sind meine Dama-Schwestern, die anderen vier, die jetzt auch, und noch andere, die jetzt dann auch Schio bekommen werden, die auch bereits Chorengruppen anbieten. Und das Schöne ist, jede von uns hat ein anderes Konzept. Und das lässt Linda zu. Ich sage das jetzt mal so, weil für dich mag das selbstverständlich sein. Ich bin etwas hierarchischer geprägt von meiner vorherigen Schulung. Sie hat einfach das Feld offen gelassen. Da habe ich mein Konzept und die anderen haben andere. Und wir haben eine Intervisionsgruppe und wir diskutieren miteinander und tauschen aus. Und das war für mich mit ein Grund, dass ich dachte, ich kann das auch probieren, weil ich stehe nicht allein. Ich habe meine Kolleginnen sozusagen und jederzeit Supervision bei Linda. So, wer macht das noch? Also ganz vorn dran ist John Tarrant, der Zen-Lehrer John Tarrant, Dahmererbe von Robert Atkin-Roschi. Zusammen mit seiner Zen-Lehrerin, also Joan Sutherland, die auch ein wunderbares Buch über Chorenarbeit geschrieben hat. Die haben diese Choren-Salons als erstes so begründet. Gruppenchoren, aber im Sinne hat es Choren-Salon. Genauso nennt es der Zen-Lehrer Barry Magid, den Linda vorhin auch schon erwähnte, Dahmererbe von Choco Beck, mit dem ich gesumt habe. Ich hatte ihn auf seiner Internetseite gesehen, die haben Choren-Salons und dann habe ich ihn angeschrieben und irgendwie war er eh immer schon ein bisschen ein Held von mir, weil er auch Psychoanalytiker ist und Zen-Lehrer. Und dann dachte ich, ja super, jetzt kannst du mal mit ihm reden. Es war ein sehr bereicherndes Gespräch, auch total unhierarchisch. Und ich habe ihm ein bisschen erzählt von meiner Choren-Gruppenarbeit und er hat erzählt, dass er mit seinen Dahmererben in Gruppen arbeitet und dass sein Senior Student, erfahrener Student macht Choren-Salons so auf einer Art Peer-Ebene, so nannte er es. Also da ist auch niemand Ernanntes oder mit Lehrbefugnis, sondern auf der Geschwister-Ebene treffen die sich und dieser Senior Student macht einen kleinen Input und dann tauschen die darüber aus. Kennengelernt habe ich Lectio Divina, die Methode, die wir heute Nachmittag miteinander machen, also zu der ich dann nochmal ein paar Worte sagen werde, bei Florence Kaplow, die wir auch zusammen mit Susan Moon, die beiden Herausgeberinnen des verborgenen Lichts, dann eben am Samstagabend online sehen werden. Florence Kaplow bietet seit einigen Jahren online über das Opeyer Zen Center mit der Methode Lectio Divina Arbeit mit dem verborgenen Licht an. Da habe ich auch oft mitgemacht und habe da die Methode gelernt. Auch Linda war da oft dabei. Dann nenne ich noch eine Zen-Lehrerin aus meiner Linie, White Plum Asanga. Das ist die Schweizer Zen-Lehrerin Franziska Schienenschneider, die regelmäßig Chorengruppen macht und erzählte, dass ihre Lehrerin Yves Marco schon seit 2013 Kreisgespräche mit Alltagskorens macht. Ja, es gibt noch einige mehr. Auch mein Skript kann man haben, wenn ihr wollt. Ich möchte jetzt nicht zu viel aufzählen. Ich möchte aber an der Stelle Ursula Kogetsu-Richard nennen, die Gruppenarbeit mit Koans auch mit Geschichten aus dem verborgenen Licht macht. Und ich habe jetzt hier schon von zwei anderen erfahren, die das auch machen. Und ich glaube, wir sind noch sehr viele mehr oder vielleicht noch einige, die in den Startlöchern stehen. Also fängt es spannend, da noch mehr auszutauschen. Aber ich habe irgendwas ausgelassen. Na, egal. Ja. Was also ist das Spezifische an Chorenarbeit in der Gruppe, so wie ich das verstehe? Ich habe dieses Referat genommen als Anlass, wirklich mal zu reflektieren, warum funktioniert das sozusagen? Was sind die Kriterien, die eine Chorengruppe ausmachen? Und ich habe noch mal nachgedacht an das traditionelle Setting in der Einzelchorenarbeit. Ich überspitze es jetzt mal. So wie ich es ja erlebt habe, da ist der Meister, da ist die Schülerin. Meisterin, Schüler, natürlich genauso. Aber dieses Zweiersetting, wo man auch sehr schaut, was ist der Punkt beim Choren, worum geht es? Und der, die Schülerin, herausgefordert ist, diesen Punkt genau auch zu finden und zu präsentieren oder zu verkörpern, immer wieder, immer wieder, ist eine tolle Arbeit, aber birgt die Gefahr, dass eine hinderliche Hierarchie entsteht. Ich sage nicht, dass es in dem Sinne keinen Unterschied gibt, weil ich bin froh, wenn ich einen Lehrer oder Lehrerin habe, bei denen ich lernen kann, bin ich wahnsinnig dankbar. Aber ich spreche von hinderlicher Hierarchie. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dazu gehört natürlich auch die Schülerin selbst oder der Schüler selbst mit den Projektionen von Idealisierungen und ganz wesentlicher Anteil. Der, die Meister, hat die Weisheit und wird mir immer sagen, wo es lang geht. Die Gefahr ist, dass ich wirklich lang brauche oder vielleicht nie auf eigenen Füßen zu stehen. Der Buddha hat gesagt, schau unter deinen eigenen Sandalen nach. Das Ziel ist, dass wir eigenständig sind in unserer Praxis, eigenständig im Leben stehen, im Dharma. Und wie kann ich diese Eigenständigkeit eigentlich von Anfang an unterstützen? Oder muss ich 20 Jahre in hierarchischem Setting sein und dann plötzlich wie so Entwicklungssprung steht da die selbstständige Susanne. Mag bei manchen funktionieren. Wenn man jetzt die Kohangruppe anschaut, dann sitzt eine Kohangruppe bei mir jedenfalls im Kreis. Das ist schon vom körperlichen Ausdruck ein Unterschied, weil auch die, die die Gruppe auf ihre Weise leitet, begleitet oder wie immer man das nennen will oder darin lehrt, sitzt im Kreis. Ich jedenfalls sitze auf keinem Podest. Ich glaube, das hat sich jetzt hier auch keiner vorgestellt. Das heißt, wir sitzen auf einer Ebene und wir sehen uns alle und da schon in diesem Sitzen im Kreis wird ein Erleben zugänglich, was mit dem zu tun hat, dass ich immer Teil des Ganzen bin. Ich bin Einzelne, aber ich bin auch Teil von vielem und Teil vom Ganzen. Also das mal rein körperlich. Jetzt ist es aber so, bloß weil man im Kreis sitzt, ist das noch nicht eine hilfreiche Gruppe, oder? Ich meine, jeder von uns kennt in Gruppen unterwegs sein, ob wir im Kreis sitzen oder sonst wie in der Gruppe. Gruppen können richtig gemein sein, ausgrenzend. bewertend, mehr oder weniger stark, hierarchisch, Hierarchien untereinander, bis hin natürlich mehr oder weniger offen hierarchisch zu dem oder der Leiterin, sage ich das, was der, die Leiterin dann gut findet, wer ist beliebter in der Gruppe und all die Dinge, die total menschlich sind, aber die natürlich wirklich hinderlich werden können, wenn ich wie in der Chorenarbeit mich offen und weit mache und versuche ohne Wertung zu sein und mich zu verbinden mit dem, was ist und mich nicht zu verstecken, Vertrauen zu haben. Ich finde, dass meine Gruppen das echt toll machen und manchmal bin ich erstaunt immer, wie passiert das? Zwei sind da, eine von der Online-Gruppe Sabrina und die auch mithelfen und Janett von der Präsenz Gruppe und ihr könnt gerne einwerfen, wehe, dass ihr das nicht gut findet, die Gruppen, ich bin wirklich und dann nochmal, was passiert, damit die Gruppen funktionieren und es sind zwei Punkte, auf zwei Punkte bin ich gekommen und ich bin gerne neugierig von euch weitere Punkte zu hören. Der eine ist meine Haltung, der andere ist die Kraft der Sangha. Ich fange an mit meiner Haltung. Das ist ein Teil meines Jobs sozusagen, ich gehe voraus. Inwiefern? Ich bin nicht vorn dran, sondern es ist in der Art und Weise, wie ich da bin, dass ich versuche, während ich in dem Kreis sitze und die Gruppe einlade, sich zu zeigen oder zu verbinden mit einem Koan und Verkörperungen, das ist ja alles auch eine mutige Sache, dass ich da selber praktiziere währenddessen, dass ich nicht innerlich außen bin und leite, sondern ich praktiziere selbst Offenheit und Respekt und Achtsamkeit und auf welchem Boden auf dem Boden und es ist bei mir immer mehr gewachsen wie so eine Bestätigung durch das Erleben, dass es wirklich so ist, dass alle Weisheit und die Weisheit in jedem an sich schon angelegt ist und schon da ist. Buddha Natur ist nicht erst nach 20 Jahren Praxis irgendwo, es ist schon jetzt da und dass es nur ein hilfreiches Umfeld braucht, damit sich das entfaltet. Und wie schaffe ich das hilfreiche Umfeld? Und eins davon ist so eine Kurengruppe. Es kann auch die Einzelkurenarbeit sein oder Geschirr abwaschen. Es gibt viele Felder. Also und dann noch etwas anderes, dass ich mich immer wieder erinnere, dass das Ganze eigentlich, für mich ist es wie so eine Blumenwiese, dass ich nicht werte, weil jede Blume ist gleich viel wert. Jede blüht auf ihre Weise und in ihrer Zeit. So, dann sieht man in der Kurengruppe, dann macht die eine plötzlichen richtigen Sprung, das merkt man an den Beiträgen und die andere ja, hängt an irgendwas anderem, aber hört ganz groß und partizipiert von dem, ich sag jetzt mal so ein bisschen einfach Einsichtssprung der anderen und ich gehe dahingehend voraus, dass ich nicht werte, dass ich einfach nur, ehrlich gesagt, ich bin echt oft dankbar, dass ich einfach da Teil sein darf für das, was so passiert und ich muss gar nicht so viel machen, auch das ist ein Teil meiner Position, dieses Vertrauen in die Anwesenden, in die Sangha-Gruppe, da komme ich jetzt gleich, bedeutet auch, dass ich nicht die Pusherin bin und ich muss nicht dauernd so quasi von außen den Dharma injizieren, damit die endlich kapieren, wo es lang geht. Ich gebe schon Dharma Inputs, ich sage es dann bei meinem Konzept, jeden zweiten Abend, aber oft nur ganz kurz und es ist immer eher eine Art von Einladung, noch einen Schritt weiter zu gehen oder anders noch mal drauf zu gucken und ich vertraue drauf, jede nimmt sich das, was für sie gerade hilfreich ist und der Rest wird wahrscheinlich vergessen oder wirkt irgendwie weiter. fange fange ich an vielleicht nach Bestätigung zu gucken, will ich wichtig sein als Leiterin, will ich mit meinen Beiträgen auch wirklich anerkannt werden, auch menschlich, also ich spreche von Sachen aus eigener Erfahrung und wenn ich so von der Haltung und diesen Dingen spreche, spreche ich einfach von etwas, ich betrete den Weg so zu gehen, ich sage nicht, dass ich dauernd so bin, es einfach nur, ich kann nur ermutigen, sich auch immer wieder Intervision oder Supervision zu holen, weil man verwickelt sich einfach doch immer mal wieder und man lernt auch in der Intervisionsgruppe ist auch eine Art von Lerngruppe und dann ganz starke Erfahrung bei mir nie vergessen, dass ich selbst immer Lernende bleibe also ich lerne von meinen Gruppenteilnehmer Nehmerinnen jedes Mal jedes Mal ist ja auch logisch, die auf die ich ja nicht gekommen wäre, weil ich nicht die bin und wenn ich offen bin, dann sehe ich, was für eine Vielfalt das ist und das auch ist auch eine Haltung, ich denke, die sich transportiert in der Gruppe, diese Offenheit und Neugierde, wir nennen es im Zen, auch Anfängergeist immer wieder zu schauen und was zeigt sich jetzt, wow, staunen und ich kann es nicht planen, ja, jeder Abend läuft anders, ich kann es nicht planen. Ich habe vorher von der Kraft der Sangha gesprochen, der andere Aspekt, weil natürlich mache nicht ich die Gruppe allein, sondern dann haben wir noch die Kraft der Sangha, was meine ich damit. Ich gehe mal davon aus, dass alle Wesen erwachen wollen, alle wollen heimkehren zu ihrer ursprünglichen Natur und dass das wie so ein mehr oder weniger bewusster Antrieb ist, sich in die Praxis zu begeben und deswegen sind die Leute in der Korngruppe oder machen sie mit der Praxis, auch wenn vielleicht am Anfang oft steht, ich möchte ruhiger werden, ich möchte entspannter werden und so und mit der Zeit, die die bleiben, die wollen noch mehr. Also ich kann davon ausgehen, dass die Leute sich entwickeln wollen. Das ist schon mal die erste Kraft in der Sangha. Und das Zweite ist, sich zu erinnern auf, dass wir stehen auf dem Boden des buddhistischen Verständnisses, dass es kein unabhängiges Selbst gibt. Auch kein festes, klar, kein unabhängiges, da ist kein Ich, keine Susanne, die unabhängig ist von irgendjemandem hier. Alles ist verbunden und alles bewegt sich und fließt. Und es ist ja ein zentrales buddhistisches Prinzip. Wie also übe ich damit in meiner Praxis? Wenn das so zentral ist, ist das wichtig, das bewusst in die Übungspraxis reinzunehmen. Dieses alles ist in Beziehung, alles erwacht sogar in Beziehung. Selbst der Buddha nach seinem Erwachen hat er sofort gesagt, oh Wunder, oh Wunder, alle Wesen sind jetzt auch erwacht. Sofort alles mit einbezogen. Wie drückt sich das in unseren Übungsgemeinschaften aus? Ich habe viele, viele, viele sehr schön schweigend verbracht und eigentlich nur mit meinem Meister gesprochen und beim Abendessen und beim Frühstück mit der Gruppe, wenn man wieder reden durfte. Und natürlich entsteht Verbundenheit, wenn man schweigend miteinander die Sessions durchschwitzt sozusagen oder vielleicht in der Assistenz ist und Assistenzbesprechungen hat und so. Aber dass wir so die Wichtigkeit explizit mit der Verbundenheit zu praktizieren, dafür Worte zu finden und miteinander und dann gehört halt schon das Begegnen dazu, auch in der Gruppe, nicht nur zu zweit mit dem Lehrer. Ich finde, das ist etwas, was ich muss auf die Uhr schauen. Ja, gut, 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 gut. Also, Kohangruppe ist eine Form von Sangha und die Kohangruppe wird dem Anspruch, dass wir die drei Schätze Buddha, Dharma, Sangha im Zen sagen wir das so, ich weiß jetzt gar nicht in den anderen Richtungen wahrscheinlich auch, Buddha, Dharma, Sangha. Wenn wir Sangha pflegen wollen, Sangha entwickeln wollen, brauchen wir Formen, wie das geht. Und eine davon kann eine Kohangruppe sein. Die Metapher vom Netz der Indra kennt ihr ja sicherlich alles, also eine Beschreibung der Wirklichkeit noch aus im Hinduistischen Stammen alles ist ein einziges Netz und in jedem Knotenpunkt sitzt ein Diamant und jeder Diamant spiegelt alle und alle sind miteinander verbunden. Ich erlebe Kohangruppenarbeit zum Teil wirklich so. Alles spiegelt sich, alles glitzert, alles bereichert sich, es wird unendlich bunt, ein ständiges Entstehen und Vergehen. Ich möchte noch ganz kurz konkret mein Konzept als der Kohangruppenarbeit vorstellen, damit ihr euch das ein bisschen ja auch wisst, wie ich das mache. Das habe ich jetzt so entwickelt, hat sich so entwickelt aus verschiedenen Erfahrungen in verschiedenen Methoden. Es sind fünf Elemente, einmal ist Lectio Divina, was wir heute Nachmittag machen, das Kreisgespräch, ein kleiner Dharma-Input, die Verkörperungen und am Schluss Haikus, Kurzgedichte, die gibt es dann immer noch quasi als Hausaufgabe. Das Ganze zieht sich über drei Abende, die im Abstand von vier bis sechs Wochen etwa sind, zwei Stunden und wir beginnen als erstes immer mit der tiefen Verbundenheit mit einem Text über Lectio Divina, das ist kontemplatives Schreiben, dann folgt das Kreisgespräch, eine Methode, die aus dem indigenen Kulturraum kommt und Bernie Klassmann hat es in der White Plumber Sangha sehr etabliert, das Kreisgespräch, nicht nur auch für Sangha-Gespräche, es ist ritualisiert auch bei mir, dass man im Kreis einer nach dem anderen spricht, man offen zuhört, aus dem Herzen spricht und jeder hat seine Zeit nicht wert. Es gibt ein paar Prinzipien, die jedes Mal gesagt werden, ihr werdet die heute Nachmittag auch hören. Verkörperungen, dazu möchte ich noch einen Punkt sagen, weil da entsteht spätestens immer das große Fragezeichen in meinem Gegenüber, was ist denn das? Man sagt, spricht auch oft von Präsentationen, das ist eigentlich der üblichere Ausdruck zunächst, ist auch in der Einzelkorenarbeit da vor allen Dingen wichtig und ich habe das also auch, nicht nur ich, aber eben in die Gruppenkorenarbeit reingenommen. Präsentation verwende ich nicht so gern, weil Präsentation gibt so die Idee, dass ich etwas, ein Objekt zeige, nach außen zeige. Verkörperung heißt, es geht wirklich um mein Ganzes, es geht um das Ganze, ich bin komplett, komplett mit dieser Praxis gemeint und wenn ich meine Einsicht zeige, zeige ich die ganz körperlich mit meinem ganzen Sein. Es ist schwer zu erklären und ich will es auch nicht, ich kann euch aber sagen, was Verkörperung nicht ist. Es ist keine Pantomime, es ist kein Psychodrama, es ist kein so tun als ob, es ist auch nicht das Sprechen eines klugen Satzes und trotzdem es wird gesprochen, es wird sich bewegt, es ist etwas, was man nur erfahren kann, wozu ich euch gerne einlade. Wörter werden nicht angemessen für diese Momente, wo der Dharma sich zeigt. Und die Heikus, die Kurzgedichte sind eine tolle Möglichkeit, noch mal tiefer einzusteigen, nachdem man schon über die verschiedenen Methoden an einer Geschichte gearbeitet hat. Ich habe im Vorfeld, bevor ich dieses Referat gehalten habe, ich werde dieses Referat halten und ich schicke euch jetzt einen Fragebogen und bitte gebt mir ein paar Antworten dazu, weil ich möchte gerne auch eure Meinung hören. Und das muss jetzt noch sein, ein paar Zitate einfach, was sie dazu gesagt haben. Ja, weil ich bin meinen beiden Chorengruppen wirklich dankbar für ihren Mut. Sie sind einverstanden, dass ich sie zitiere, die Namen sind geändert. Hilda, der Austausch in der Gruppe ist bereichernd in der Fülle und in der Unterschiedlichkeit. Es entsteht ein Resonanzraum aus tiefem Verständnis und Vertrauen. Ich kann mich darin üben, aus dem Herzen zu sprechen und in der Gewissheit in diesem Raum sicher und aufgehoben zu sein. Sarah In der Gruppenchorenpraxis kommt tiefere Weisheit ans Licht, die sich aus der Weisheit der Gruppe ergibt. Vielschichtigkeit, die Vielschichtigkeit eines Chorens lässt sich in der Gruppe erahnen. In der Gruppe werden mindestens so viele Aspekte aus dem Choren herausgearbeitet, wie es Teilnehmerinnen in der Gruppe gibt. Darüber hinaus ergibt sich ein eigener Gruppenaspekt. Es wird deutlich spürbar und erlebbar, dass eine Gruppe mehr als die Summe ihrer Teile ist. Dodo Die Chorengruppe schafft eine tiefe Verbundenheit durch die Erkenntnis während der gemeinsamen Arbeit, dass nämlich jede auf ihre Art einen Stein auf dem Weg aus dem Weg rollt bzw. erlebt, wie ihr Stein zu Staub wird. Sehr ermutigend. Und nachdem die Arbeit an einem Choren immer mit Heikus aufhört, habe ich ein paar von diesen Heiku-Perlen mitgebracht. Damit schließe ich dann mein Referat. Das sind Heikus zu Geschichten aus dem verborgenen Licht. Zu Taras Schwur Mitgefühl mit mir haben, die Weiblichkeit ehren und feiern, nicht zwei sein. Zu Patakaras Geist im Hier und Jetzt Alles verloren, ihr Herz zersprungen in tausend Stücke, wach auf, ganz in Vergänglichkeit. Zu Lass uns zusammen erleuchtet werden. Die Alte und ich, wir wohnen zusammen in einem Haus und scheuchen kichernd die Gespenster zum Fenster hinaus. Zu Die Alte Frau erkennt Masu Voller Lust wirbelt das Mädchen die Herbstblätter hoch in den Himmel. Danke. Wir lachen auch viel in den Chorengruppen. Vielen Dank.